Es ist noch entspannter, da ich gegessen habe. Somit alles gut. Ja, super. Okay, jetzt steht da, Aufzeichnung läuft. Hallo alle zusammen, ich habe einen zweiten Gast hier. Es ist Dejan aus Freiburg. Kannst du kurz dich vorstellen, wer bist du, was machst du, woher kennt man dich? Mein Name hast du schon gesagt, also Dejan. Ich unterrichte an der Freiburger Realschule, bin im Fortbildungsbereich tätig zum Thema Demokratiebildung und was mit Digitalem. Außerdem denke und schreibe ich in dieses Internet, habe einen Blog und unterschiedliche Social Media Accounts. Super, das ist gleich mein Stichwort. Ich wollte nämlich über etwas mit dir sprechen, was du heute geteilt hast. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und mache das mal. Mal schauen. Ah ja, jetzt. Also ich versuche es nochmal, Entschuldigung. Ich schneide das dann natürlich alles total raus. So, jetzt geht es. Und zwar wollte ich hier zeigen, dass du auf Facebook das geteilt hast, dass du mit Klassen Infos zu aktuellen Themen liest und die besprichst. Ich zeige mal hier das Beispiel, das du geteilt hast. Das ist sehr interessant. Das zeigt nämlich, wie sich diese virale Erkrankung ausbreitet. Und da werden so verschiedene Fälle simuliert. Also das sind jetzt seine Familie, fünf Personen. Die stecken sich jetzt alle an und werden dann irgendwann wieder gesund. Und da haben wir jetzt den Fall, das sind ganz viele Menschen. Ein Teil davon ist in Quarantäne, aber die Quarantäne ist dann irgendwann undicht. Und wie breitet sich dann die Krankheit aus, in welche Geschwindigkeiten? Du hast jetzt vorgeschlagen, dass man das mit Klassen, Schülerinnen und Schülern lesen sollte. Wie gehst du da vor, wenn du ganz regulären Unterricht hast und solche aktuellen Themen da einbringst? Vielleicht würde ich tatsächlich zu Beginn nochmal beantworten die Frage, die nicht gestellt wurde, wieso ich das mache, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass zu Beginn als Lernprozess immer eine Frage sein muss. Und die Frage oder ein Problem sein muss. Ein Problem, was die als ihr Problem empfinden. Und es gibt einfach jetzt nichts Authentischeres als dieses Problem, was tatsächlich uns alle gerade beschäftigt. Und deswegen würde ich die Notwendigkeit sehen, das im Unterricht aufzugreifen. Und der andere Ansatz, die andere Vorstellung ist, dass ich einfach nicht glaube, dass junge Menschen anders lernen als wir lernen. Vielleicht haben sie andere Bezugsquellen, aber vom Prinzip her lernen sie gleich. Und ich zeige aber einfach nur auf, wo ich jetzt meine Informationen beziehe und wie ich damit umgehe. Und ich würde jetzt im klassischen Unterricht, würde ich jetzt diesen Beitrag Ihnen zur Verfügung stellen, würde dazu ein Etherpad öffnen, in das Sie dann Ihre Fragen, die Sie während dem Lesen haben, die sich in Ihren Stellen reinschreiben würden. Das heißt, zu diesem Beitrag gebe ich am meisten auch so Tools wie E-Bel mit, wo Sie eben das übersetzen lassen können, falls das Englisch von Ihnen nicht ausreicht. Und weil jetzt auch natürlich das Tempo unterschiedlich ist von den Schülerinnen und Schülern, ist es im Endeffekt auch völlig egal, wie schnell die sind. Wenn Sie Ihre Frage stellen oder sich an die Frage stellt, gehen Sie ins Etherpad rein, schauen, ob die Frage schon dasteht. Falls nicht, schreiben Sie sie rein. Falls sie dastehen sollte, arbeiten Sie einfach weiter. Nach diesem ersten Fragen sammeln haben wir meistens so eine kurze Plenumsphase, wo wir so ein bisschen versuchen, die Fragen zu sortieren und zuzuordnen. Und dann gibt es nochmal eine zweite Phase, wo Sie wieder das Internet bemühen und jeder auf seine Art und Weise versucht, die Fragen zu beantworten, sich gegenseitig zu beantworten, mit Links, mit kurzen Zusammenfassungen. Und am Schluss dieser ganzen Sequenz gibt es einfach ein Plenum, also eine Diskussion über die Fragen, die sich gestellt haben, auch die Antworten, die gefunden wurden und dann auch eine Zuordnung. Das Ziel der ganzen Geschichte ist eigentlich, so ein Verständnis aufzubauen und die Befähigung, eine Meinung in sich und ein Urteil fällen zu können, eine Zuordnung, Zuordnungen treffen zu können und eine Handlungsempfehlung herauszuarbeiten. Gerade das, was letztendlich dann jeder von uns auch gerade macht. Wir sind ja alle so im Ungewissen, wir sind ja alle keine Expertinnen und Experten und dementsprechend schauen wir einfach, was es so gibt im Netz, informieren uns, tauschen uns aus und versuchen dann eben vernünftig zu handeln. Und das würde ich dementsprechend versuchen, Schülerinnen und Schüler auch zu machen. Okay, ich verstehe das richtig. Du wählst was aus, wo du denkst, das ist ein ergiebiges, aktuelles Problem, das auch eine Bedeutung für den Alltag von jungen Menschen hat. Sie eignen sich das an, interiorisieren es und tauschen ihre Fragen dazu aus. Und dann beschäftigen sie sich noch einmal mit den Fragen, versuchen die zu beantworten und dann entsteht daraus ein Gespräch, dass dann so diese, wie hast du gesagt, Verhaltens, sich da zu verhalten, dass da eine Möglichkeit entsteht, wie werde ich das, was für eine Haltung nehme ich dazu ein, dass das denn das Resultat ist. Jetzt, wenn das so richtig ist, stelle ich die Frage, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen die Schülerinnen und Schüler nicht sehen, wie würdest du das Modell dann anpassen für einen Fernunterricht? Funktioniert das trotzdem? Was ändert sich da? Also vom Grundkonzept her ändert sich gar nicht so viel, bis auf diese Plenumssituation, wo man sich austauscht. Letztendlich können wir auch das auf das Etherpad dann auslagern. Es ist natürlich nicht ansatzweise, hat es nicht die Qualität, die es dann in so einem Plenum hätte. Das heißt, dass wir uns einfach sehen und austauschen und schnell aufeinander agieren. Also jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt eine Konferenz machen oder nur über dann so ein Dokument uns austauschen, dass ich einfach einen anderen sehen kann, anfassen kann, dass man, es ist eine völlig andere Situation. Das heißt, das kann ich jetzt nicht simulieren. Ist aber erstmal für so eine Krisensituation gar nicht so dramatisch. Für mich ist tatsächlich eigentlich die Chance, die sich gerade bietet, so wichtig. Und zwar, was man jetzt eigentlich wunderbar sieht, es wird so häufig über diese 21st Century Skills gesprochen, diese vier VCs, also die vier Ks, das ist Kreativität, Kommunikation, und kritisches Denken und Kollaboration. Und genau das kann ich eigentlich jetzt anwenden. Das heißt, dass ich eigentlich jetzt versuche, kreative Lösungen zu finden, um eben Lernen zu ermöglichen, ohne dass man in dem Fall im gleichen Raum ist, dass ich die Kommunikationskanäle nutze, die die Kultur der Digitalität nun mal bietet, dass ich eben kritisch denke im Sinne von, was sich einfach jetzt ja auch gerade sehr viel auftut, auch in unserem Umfeld zu dem Thema, dass eben Fake News jetzt kursieren, gerade über Messenger-Dienste zum Beispiel aktuell, dass Nachrichten verschickt werden ohne Ende und dass man das besser zuordnen kann und einordnen kann. Und natürlich auch kollaborativ daran zu arbeiten. Das heißt, eben Expertisen zusammenzulegen und zu schauen, welche Expertise habe ich und wie kann ich was dazu beitragen. Also ich habe tatsächlich am Ende, am Freitag, hatte ich auch mit meinem Ethikurs, hat man genau darüber diskutiert, was man eigentlich jetzt so selbst beitragen kann in dieser ganzen Krisensituation. Und da habe ich zum Beispiel jetzt dich und deine Initiative, die du jetzt ergriffen hast, um einfach Leuten Zugang zu ermöglichen, deine Expertise zur Verfügung stellst, immer als Beispiel genannt. Und da haben sie auch für sich überlegt, so eine Handlungsempfehlung auszuarbeiten, was sie eigentlich jetzt machen könnten und tun könnten in dieser Krisensituation. Ja, ich denke, das ist auch vom Gefühl her ganz wichtig, dass man Eindruck hat, ich kann was beitragen, nicht nur, ich bin möglicherweise, ich muss Angst haben, irgendwas passiert jetzt, wo ich total passiv bin. Ja, das finde ich sehr wertvoll. Also die Minimalanforderung, die du hast, ist, du musst diese Newsbeiträge, irgendwie diese Fragestellungen zu den Klassen bringen. Und dann haben sie Ederpads, wo sie diese Fragen sammeln können und ein Gespräch vielleicht auch dann dort digital durchführen können. Das könnte man so, wenn man jetzt sagt, technisch, was braucht das? Das braucht eigentlich sehr wenig, oder? Das braucht tatsächlich sehr wenig. Genau, ich würde auch sagen, es braucht eigentlich sehr wenig. Was ich mir tatsächlich überlegen würde, ist einfach aufgrund dessen, was ich auch so ein bisschen gelesen habe, auch von Leuten, die jetzt eben dieses Lernen über längeren Zeitraum nur online praktizieren, dass ich eben nicht gleichzeitig, also diese Plenumsgeschichte würde ich auch wieder aufdröseln und eher versuchen, für Einzelfragen in Einzelgesprächen zur Verfügung zu stehen. Das heißt, dass Menschen einfach nochmal mir direkt die Frage stellen können, dass ich sie besser unterstützen kann und dass ich gar nicht jetzt künstlich das Plenum eigentlich aufrechterhalten muss, weil es muss sich technisch nicht, weil es tatsächlich dieses, die Qualität, die ich einfach, ach, also die ich habe, wenn ich eben zusammensitze, die bekomme ich, also das kann ich jetzt nicht in die virtuelle Welt projizieren, und es geht einfach nicht. Und deswegen würde ich darauf verzichten und eher sagen, ich würde dann lieber das Einzelgespräch suchen und dann die Leute da unterstützen, wo es notwendig ist. Aber die zentrale Aussage ist tatsächlich eigentlich eher, dass man Probleme aufgreift, die authentisch sind, die tatsächlich uns beschäftigen und die einen mit daran arbeiten lassen. Das ist die zentrale Botschaft auch am Freitag, die ich den Schülerinnen mitgegeben habe, dass sie eigentlich jetzt sich nicht als Schülerinnen verstehen sollen, sondern eben als Teil der Gesellschaft. Und das, was sie tun, ihr Handeln, genauso relevant ist wie mein Handeln. Und deswegen müssen sie eigentlich dazu befähigt werden, wie sie richtig und vernünftig handeln sollten. Und das ist etwas, was eben kontrovers diskutiert wird und daran müssen sie auch eben teilhaben können. Super. Das ist sehr wichtiger Input. Ich danke dir sehr für deine Zeit und bis bald. Tschüss. Danke, Philipp. Tschüss.